Jetzt muss man die Belege aufwäscheln. Das ist ja unglaublich. Ja, ich wollte dir was mal gesagt haben. Also noch einmal. Ich wollte dir was mal gesagt haben. Noch einmal. Auf jeden Fall. Ja. Okay. Von Seiten, weil sie halt nur ganz, ganz wenig Kontakt zur Scheibe haben. Und was ja umgekehrt war. Du hast ja neue Bremsbeläge rausgemacht und nicht die Scheibe gewendet. Auf jeden Fall. Gibt's so Bremsbeläge von Union. Weißt du, dass nicht ob die okay sind? Coolstopp nicht? Nee. Coolstopp gar nicht. Hat die nicht. Also genau die hat sie nicht. Alle anderen ja. Jetzt hätte ich Coolstopp genommen. Also die sind zweimal vertreten. Aber einmal nur von Clark. Und einmal von Union. Clark-Camp. Superman-Beläge. Super-Schrott-Beläge. Das ist so gut. Das sieht so gut aus. Nach 18 Uhr. Du ackerst wieder nach 18 Uhr. Und dann könnten wir einfach schrubben. Und dann halt... 18 Uhr. Das sollte vermuten werden, halbe Tage zu arbeiten. Ja. 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 Ich weiß halt nicht, ob die sooo geil sind. Stuttgart. 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 Also wie ich jetzt? Schwing. Slowenien. Servien. Zweren. 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 Kann ich mich wissen? Nein. Ich mag es nicht. Ja, muss aber. Ich muss dich schon mal unbeliebt anmelden. Du musst einfach maskuliner ihr gegenüberstehen. Stimme sagen. Das Rad wird allgemein um die Speichen nachziehen. Der freikontingenter ist. Dann müsst ihr euch jetzt gleich bringen. Wie lange das dauert quasi. Um die Speichen nachziehen. Speichen zentrieren. Nicht das Rad. Achso. Dann musst du erst mal einen Blick drauf machen. Achso. Aber so ein, zwei Tage. Weiß ich nicht. Ich vermag es nicht. Zubare. Blint ist jetzt mal los. Ach. Hast du den Reifen gewechselt? Nee. Ich war mit dem Buch beschäftigt. Und auch egal. Ich glaube eigentlich nur eins dazu. Also. Gibt es dieser. Ist der Neu dazu gekommen. Mit. 28. 28. Was? Ja. Ähm. Oder? Die Cross. Dritte von, ähm. Links. Dritte von rechts. Ja. Dritte von rechts. Ja. Dritte von rechts. War ja der Leer. Deswegen hast du ihn gefunden. Dritte von rechts. Da habe ich nicht. Ja. Das ist so schuldig. Ich muss dir mal gesagt werden. Was hat denn? Ja. Aber zu essen. Ja. Hier. Hier. Ach. Schlauch wechseln. Blau. 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 Blau Süd. Da muss erstmal hinten. Schlauch. Haha. Die Kommunikation läuft irgendwie. Ne. 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 Einmal Logo. Keine. Die Gebärdensprache beherrscht. Einmal das noch! Ah das sind das Ding, das einem Automaten gibt. Keine Ahnung, guck mal hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Die 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 ZDF, 2020